Ich möchte es hier vereinfachen, das ist jetzt immer der 10er Logarithmus, Logarithmus, du warst 10, gleiche Basis. Da kann ich jetzt aus einem Mal, kann ich Plus machen, also alles zusammenfassen, Logarithmus, große Klammer, alles dann andersrum. Aus Plus kann ich Mal machen, jetzt wird es Mal. Z hoch minus 2 Drittel mal 10 mal Z hoch 6 mal dritte Wurzel aus Z Quadrat ist gleich so, Lg. Okay, der 10er, der ist sein eigenes Ding und jetzt habe ich hier die, das kann ich als Exponenten schreiben, dritte Wurzel ist ja hoch ein Drittel, also das ist Z Quadrat hoch ein Drittel und dann wird an der Stelle multipliziert, das heißt ich habe hier Z hoch 2 Drittel, also Z hoch minus 2 Drittel mal Z hoch 6, mal Z hoch 2 Drittel weg. Gut, da habe ich jetzt, diese drei Exponenten werden addiert, Plus genommen. Also 10er Logarithmus und dann habe ich hier Z hoch minus 2 Drittel plus 6 plus 2 Drittel. Gut, da fällt logischerweise diese minus 2 Drittel, die fallen weg, also das hier ist futsch, so und dann Z hoch 6 bleibt. Ist gleich, 10er Logarithmus, 10 mal Z hoch 6. Jetzt, also 10er Logarithmus und 10, das passt ja nicht gut zusammen, das heißt jetzt zerreiße ich das wieder. Ja, vorher habe ich alles zusammengeschmissen, jetzt zerreiße ich es wieder und wird wieder zu Plus. 10er Logarithmus von 10 plus 10er Logarithmus von Z hoch 6, so 10er, also Logarithmus zur Basis, also Logarithmus zur Basis 10 von 10 ist 1, weil 10 hoch 1 gleich 10, also da habe ich mir 1. Ist gleich 1 Plus und jetzt könnte ich den 6er noch nach vorne schmeißen. 6 mal 10er Log Z, das wäre so, gefällt es mir besser, so ist es, vereinfacht.